Ich lerne Deutsch. Nummer 5677 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Zeigst du mir, was du gemalt hast? Brauchst du noch mehr Stifte? Ich habe noch welche im Schreibtisch. Zeigst du mir, was du gemalt hast? Brauchst du noch mehr Stifte? Ich habe noch welche im Schreibtisch. Zeigst du mir, was du gemalt hast? Brauchst du noch mehr Stifte? Ich habe noch welche im Schreibtisch. Mein Mann ist nur selten zu Hause. Er arbeitet jetzt im Ausland. Ich fühle mich jung und bin auf jeden Fall noch nicht zu alt für moderne Musik- und Trendsportarten. Ich fühle mich jung und bin auf jeden Fall noch nicht zu alt für moderne Musik- und Trendsportarten. Von diesem Felsen aus sieht man ein Flugzeug, das in einem Garten steht. Von diesem Felsen aus sieht man ein Flugzeug, das in einem Garten steht. Von diesem Felsen aus sieht man ein Flugzeug, das in einem Garten steht. Die meisten Reparaturen im Haushalt mache ich selbst, aber die Elektroarbeiten überlasse ich einem Elektriker. Bitte legen Sie das Medikament für mich zurück. Bitte legen Sie das Medikament für mich zurück. Ich hole es gleich persönlich ab. Bitte legen Sie das Medikament für mich zurück. Ich hole es gleich persönlich ab. Die zuverlässigsten Menschen sind wie Berge. Unerschütterlich und stark. Die zuverlässigsten Menschen sind wie Berge. Unerschütterlich und stark. Der Anbau von Cannabis ist in Deutschland grundsätzlich illegal. Schon mit einer einzigen Pflanze macht man sich strafbar. Mechatroniker werden in allen Betrieben benötigt, die sich mit der Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen beschäftigen. Diese Ferienhäuser kannst du ganzjährig günstig mieten. Diese Ferienhäuser kannst du ganzjährig günstig mieten. Diese Ferienhäuser kannst du ganzjährig günstig mieten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Vielen Dank.